Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, die Anfänge eines frühen Volkes handeln vor allem vor dessen Herkunft und Namen. Wer aber einen Historiker damit befasst, versetzt ihn in größte Verlegenheit. Diesbezüglich befragt, würde er am liebsten wie Weiland Ritter Lohengrin auf die Frage damit antworten, dass er den nächsten Schwarm nimmt und abreißt. Der Historiker kann nämlich die Frage mit seinem methodischen Instrumentarium und aus Mangel zeitnaher schriftlicher Quellen nicht beantworten, denn Ursprünge und Anfänge werden erst literarisch, wenn man sie braucht und dann viele Generationen weit von ihnen entfernt ist. So müssen die Historiker Anleihen bei Archäologie und Liquistik machen. Beide sind aber keine Historien mit anderen Mitteln, sondern haben ihre eigenen Fragestellungen, auf die sie mit eigenen Methoden ihre eigenen Antworten zu finden suchen. Die Zeugnisse der Archäologie und Linguistik sind daher nur mit großer Sorgfalt einer historischen Darstellung einzufügen, um nicht in die Falle der vermischten Argumentation zu tappen, wovor Rolf Hachmann und sein Schüler Volker Bierbrauer schon vor einiger Zeit so eindringlich gewarnt haben. Es ist zwar weitgehend anerkannt, dass die Namen der gotisch-gautischen Völker diesseits wie jenseits der Ostsee das Gleiche bedeuten und etwas mit Gießen, gotisch Jutan, zu tun haben. Fraglich ist jedoch, wer oder was der die Gießenden waren. Ob ethnozentrisch die gotischen Männer, die Samenausgießer, die sich bescheiden als die Menschen verstanden, wie es allerdings viele derartige Völkernamen tun, oder sie waren die Hengste nach einer eponymen Gottheit in Pferdegestalt, von der man allerdings nichts weiß, außer dass übelmeinende Nachbarn sich die Geschichte erzählten, wonach das gesamte Gotenvolk nicht mehr wert sei als ein einziger Gaul. Oder die Gotengauten, aktuell Jöter, trugen ihren Namen nach einem Fluss, wofür in Südschweden der noch aktuell so benannte Jöterelf und auf dem Kontinent der vom älteren Plinius im 1. Jahrhundert erstmals erwähnte Guttalus, vielleicht Gotenfluss, zur Verfügung stand. Dazu gibt es neben den beiden südschwedischen Jöterländern auch die nach Goten, Jöter benannte Insel Gotland. Anscheinend oder scheinbar eindeutige Sachverhalte. Doch bleiben wir zunächst noch bei der Namenfrage. Spätestens für die Zeit ab dem Ende des 3. Jahrhunderts spricht man im Deutschen von Westgoten und Ostgoten, aber meist ohne die damals gültigen Namen zu berücksichtigen. Tatsächlich wird bereits im Frühjahr 291 zum ersten Mal von einer Parsgotoren, von einem Teil der Goten berichtet, die Terwingen Waldbewohner hieß und die westliche Abteilung, grob gesprochen, im heutigen Rumänien bildete. Das östliche ukrainische Gegenstück dazu waren die Kräutungen, die Steinbewohner oder Strandbewohner. Beide Ethnonyme waren landschaftsgebundene Exonyme, Fremdbezeichnungen und verschwanden um 400 mit der Aufgabe der gotischen Sitze nördlich von Donau und Schwarzem Meer. Ihre Namen lebten aber in höchst aufschlussreicher Weise im nordischen Heldenlied vor, als Dürfinger und Krüttinger Lidi. Sich selbst bezeichneten die westlichen Goten auch als Wesier, als die Guten, Edlern, die östlichen Goten als die Ostrogoten, als die durch den Sonnenaufgang glänzenden Goten. Die Getiger machte im 6. Jahrhundert aus diesem Namenspaar die Wesigoten im Sinne von Westgoten im Gegensatz zu den Ostrogoten, den Ostgoten. Als Selbstbezeichnung überwog jedoch zu dieser Zeit und für die Zukunft bei beiden Völkern stets der einfache Gotenname, wie auch der Wechsel von einem Gotenvolk zum anderen jederzeit leicht möglich war. Nun zur Herkunft. Was die Herkunft der oder besser von Goten betrifft, ist nochmals festzuhalten, dass auf beiden Seiten der Ostseevölker mit demselben Namen lebten. Ob sie jemals ein Volk gewesen sind, muss keineswegs gesagt sein. In seiner Marius-Biografie berichtet Plutarch, die Schlacht von Acque Sextie 122 v. Chr. sei durch das Aufeinandertreffen der mit den Teutonen verbündeten, wohl germanischen oder germanisierten Ambronen, mit den ligurischen Ambronen des Römerheeres eröffnet worden. Beide Ambronen-Völker gebrauchten ihren Namen als Schlachtruf, doch wird ihnen keine gemeinsame Abkunft zugesprochen. Dagegen behauptet die gotische Herkunft eine solche Urigo für Goten und Gauten. Das heißt, eine schriftliche Quelle, die es trotz ihrer Problematik zu bedenken gilt. Was ich dazu zu sagen habe, meine Damen und Herren, ist kein Dogma, sondern offen für jeden Ein- und Widerspruch, aber lautet ungefähr so. Auf Wunsch Theodoris des Großen verfasste Cassiodorus Senator eine gotische Herkunftsgeschichte, vollendete sie aber erst 533 nach des Königs Tod, wohl in Ravenna, und überarbeitete sie um die Jahrhundertmitte im byzantinischen Exil. In Konstantinopel redigierte der anscheinend katholische Mösogote Jordanes das Werk Cassiodors. Er brachte dessen Urigo Actus Quegetarum, kurz Getica, in eine Form, die erhalten blieb, weil sie die historische Entwicklung von um 550 berücksichtigte, während die umfangreichere, wesentlich umfangreichere Vorlage ihre Aktualität verloren hatte und daher verloren ging. Jordanes änderte aber nichts an Cassiodors Entwurf, wonach die Goten und der König Beric die Insel Skansa, Skandinavien, in drei Schiffen verlassen hatten und an der Gotteskanzer, an der heute Bommerschen Krüste, gelandet seien. Das sei genau im Jahre 1490 vor Christus geschehen. Das heißt noch vor dem Trojanischen Krieg, von dem die Römer ihrerseits ihre Herkunft herleiteten. Von der Gotteskanzer seien die Goten noch etwa fünf Generationen in den südosteuropäischen Raum gezogen, wo sie nacheinander drei Wohngebiete besiedelten. Zuerst in Skythien, dann in den Römerprovinzen, Mösien, Thrakien und Dazien, das heißt im Gätenland und schließlich wieder in Skythien, in der ersten Heimat, in Oium, in den saftigen Wiesen, habe noch der Wanderkönig, Philemer regiert, der die schamanistischen Halliorunne, die Mütter der Hunnen, aus dem Volk verbannen musste. Hier stimmt so gut wie nichts. Weil 1490 und fünf Generationen, Cassiodor rechnet eine Generation zu 25 Jahren. Sie können sich ausrechnen, da kommt man nicht auf 375 nach Christus und so weiter und so folgt. Das macht aber nichts. In die zweite Heimat kamen die Goten, um hier die Gäten zu werden. Zurück in der dritten, wie das Gütischen Heimat, wurden sie klüger, und teilten sich in baltische Westgoten und amalische Ostgoten. Aber entscheidend war zunächst ihre Gleichsetzung mit den Gäten. Die Geschichte des seit Herodot bekannten Balkanvolkes schloss die der darkischen und skythischen Nachbarn ein und machte die Amazonen zu höchst erfolgreichen gotischen Kriegerinnen. Schon die jüdische Geschichtsschreibung hatte die Endzeitvölker Gok und Magok bei den Sküten gefunden. Ein Wissen, das nun ebenfalls auf die Goten übertragen wurde, wobei man die ursprünglich pejorative Bedeutung unterdrückte. Interessanterweise hat bereits vor Cassiodor ein unbekannter Autor den Japheth-Enkel Aschkenaz trotz oder gerade wegen seiner biblischen Kinderlosigkeit zum Stammvater der Aschkanazi Gentes Gotize erklärt. Und damit die Goten zu den ersten Aschkenazim der Geschichte gemacht. Ludwold Wallach, der bereits 1939 und dann 1963 auf diese Stelle aufmerksam gemacht hat, stellt die Frage, ob nicht Aschkanazi auch deswegen gewählt wurde, weil man den Namen etymologisch unter Anführungszeichen mit der Insel Skanza verbinden konnte. Mit der Verschriftlichung ihrer Herkunft erhielten die Goten eine den antiken Völkern, insbesondere den Römern, vergleichbare Geschichte. Originem goticam historiam fecit romanam. Er machte die gotische Herkunftsgeschichte zur römischen Historie, lässt Cassiodor den König Atalerich über seine Komposition sagen. Kein Wunder, dass die ältesten Goten keine Ahnung von einer solchen Herkunft hatten und sich wunderten, als sie Cassiodors römische Gotengeschichte hörend lasen, als sie ihnen vorgetragen wurde, wie der Autor selbst zugeben musste. Wir heutigen können die Verwunderung der gotischen Alten verstehen, können aber die gotische Geschichte als unhistorisch bezeichnen, weil wir wissen, dass die der heute verlorenen Getika des Thion Rhysostomos, gestorben vor 120 nach Christus, entnommen wurde. Aber wir spitzen wie die gotischen Kreise die Ohren, wenn mitten im Getenblock die 17-gliedrige, inhaltlich wie sprachlich, rein gotische Genealogie der Amaler auftaucht. Ein Sieg über die Römer, zur Zeit Kaiser Domitians, selbstverständlich der getischen Historie entnommen, motivierte die Origo Amalorum, den Stammbaum der Amaler, des höchstrangigen gotischen Königsgeschlecht, dem auch der Auftraggeber Diodarich, der Große, angehörte. Der Text bezieht sich ausdrücklich auf die mündliche Überlieferung der Goten, die in Ipsis Fabulis die Amaler als Asen, Ansen, wie das viel später überlieferte skandinavische Göttergeschlecht hieß, und Halbgötter, als beständige Glücksbringer im Kampf und keineswegs als reine Menschen puri homines priesen. Trotzdem beginnt die Origa Amalorum nicht mit dem Heros Eponemos, sondern weist Amal bloß den vierten Platz in einer Genealogie zu, die mit zwei oder drei skandinavischen Götternamen beginnt. An der Spitze steht Gaut, der Stammvater vieler Völker auf dem Kontinent in Britannien und vor allem der skandinavischen Gauten. Einst bekennt Odin, sein früherer Name sei Gauter gewesen und auch die gotische Überlieferung kennt keinen Odin Wodan. Also kamen die Goten doch aus Skandinavien, wie es die Getiker ohnehin behaupten oder waren es nur die Amaler, die von dort nach Süden aufbrachen? Tatsächlich kannte Ptolemaios um 150 nicht bloß Guttonen an der Weichsel, sondern auch skandinavische Guten und Prokopius wusste im sechsten Jahrhundert von Gauten auf Thule. Die beiden Griechen übertreffend erwähnt Cassiodor, skandinavische Ostrogoten, Gautik-Goten und andere gotisch-gautische Völker. Liest man aber die Getiker stellen genauer, kann man sagen, die Kunde von ihren skandinavischen Verwandten und ihrer daraus abgeleiteten Herkunft hatten die Goten nicht ein halbes Jahrtausend lang auf ihren Wanderungen mitgeschleppt, was schon deswegen nicht denkbar ist, weil es die Goten als unveränderliches Ethnos nie gab. Vielmehr hatte ein Flüchtling diese Nachricht erst vor kurzen nach Ravenna gebracht. Um 500 verzichtete nämlich ein skandinavisch-gautischer Rodolf auf, ich zitiere, sein eigenes Königtum, vertraute sich dem Schutz des Gotenkönigs Diodarich an und fand das Gewünschte in Ravenna. Wie bei einem Stammesverwandten möchte man hinzufügen. Mit der Nennung Rodolfs schließt Cassiodor den Skandinavien-Block ab und der Autor kennt dafür keine andere Quelle und zwar ganz im Unterschied zur skytischen Vergangenheit der Goten. Für deren Beglaubigung zitiert Cassiodor die mündliche Tradition die Priska Carmina Pene Storico Ritu und die Verissima Historia des ominösen Ablabius des Descriptor Cotorum Gentis Egregius also die alten Lieder die fast wie ein historischer Text sich anhören und einen Ablabius den ausgezeichneten Ethnografen der Goten. So schön dieser Ablabius dargestellt wird kein Mensch weiß wer er war und ich werde Ihnen auch keine Theorie vortragen es gibt ohnehin genug davon. Aus der Erzählung Rodulfs könnte Cassiodor die Herkunft der Goten aus Skandinavien konstruiert und folglich mit einer mythischen Fahrt in drei Schiffen über die Ostsee verbunden haben. Die Dreiheit bedingte der Umstand dass es für den Autor Ostgoten Westgoten und die zur Einschiffung fast zu spät gekommenen Gebieten gab. Von der literarischen Konzeption abgesehen ist aber sicher es gab Völker in Skandinavien wie auf dem gegenüberliegenden Festland die ein Gefühl der Zusammengehörigkeit einte woraus wie im Fallen Rodulfs praktisches Handeln wurde. Diese Völker führten denselben Namen was auch für je einen Fluss nördlich wie südlich der Ostsee zugetroffen haben dürfte. Obwohl Zuwanderungen nicht auszuschließen ja geschehen sind denn Rodulf ist sicher zunächst mit dem Schiff und keineswegs ohne Begleitung nach Ravenna gekommen ist jedenfalls die Annahme falsch die Goten seien als fertiges Volk von Skandinavien ausgezogen wie schon Reinhard Wenskus 1961 bedohnte. Dass Königsgeschlechter wie die Ammeler ihre Herkunft von Skandinavien herleiteten ist an ihrer Namentradition als mündliche von wo immer auch herbezogene Überlieferung festzumachen als Narratio aber das Werk der antiken und früh mit leuterlichen Ethnographie dafür gab es gute Erklärungen die auch die Getiker übernahmen Skandinavien sei die Offiziner Gentium entzerrte Velud Vagina Nationen die Werkstatt der Völker und sicherlich der Schoß der Nationen und es war das Auswanderungsland der antiken Ethnographie schlechthin das kalte Klima verlängerte die Fortpflanzungsfähigkeit von Mann und Frau die extrem langen und eisigen Winternächte förderten in den zugigen Hütten das Zusammenrücken und begünstigte den fantastischen Fortpflanzungsdrang der Einheimischen so dass Skandinavien stets an Übervölkerung litt diese Vorstellung ist ein ethnografischer Topos und beruht weder auf historischen Daten noch auf archäologischen Vorgaben die übrigens keine oder bestenfalls umstrittenen Verbindung zwischen Skandinavien und dem Festland feststellen ein weiterer Grund für die Bevorzugung Skandinaviens als Ursprungsland könnte die Ferne der Insel Skandia gewesen sein vergleichbar mit Abrahams Ur in Chaldea das den Juden einen herausragenden alten kulturellen Stammbaum verschaffte vielgliedrige Genealogien schufen altehrwürdigkeit und damit Vorrang unter den Völkern und Königsgeschlechtern sie halfen aber auch im täglichen Leben wer die 24 Vorfahren der großen keltischen heiligen Brigitte die freilich einst eine heidnische Göttin war aufsagen konnte war damit vor den Nachstellungen des Teufels aber auch vor irdischen Feinden für den Tag und die Nacht gefeit lange Stammbäume entsprechend dem Konservatismus einer Inselkultur dagegen blieben sie auf dem Kontinent nur in geringer Zahl und ohne skandinavischen Bezug zumeist nur in kurzer Form erhalten der mächtige Franken König Klodwig nahm in seiner vorethnografischen Genealogie bereits den vierten Platz ein und schon sein Urgroßvater war ein halbgöttlicher Stier erzählte man sich in Kreisen die den Merowingern eher unfreundlich gesinnt waren jedenfalls kann die Antwort auf die gotische Herkunftsfrage nur lauten skandinavischer Zuzug in irgendeiner Form möglich aber nur für Rotwolf nachweisbar damit kann endlich die historische Erzählung die Origo ablösen während die Überlieferung in wie außerhalb der Getika für Skandinavien nur Namen kennt werden als erstes mögliches Volk die Gotonen als handelnde Subjekte beschrieben Zwischen zwischen Christi Geburt und der Mitte des zweiten Jahrhunderts erwähnen sie je zwei griechische und lateinische Autoren und lokalisieren sie zunächst in Küstennähe zwischen Oder und Weichsel also noch in obgleich am Rande der Germania und zugegeben die Bezeichnung der Getonen als gotisches Volk ist keine rein historische sondern eine linguistisch archäologische Annahme es gibt nicht wenige Archäologen die die Bommers westpreußische Wilbach Willenberg die ukrainische Tschernjachow und die siebenbürgische Santana dem Mureskultur miteinander in Verbindung bringen sie als gotisch verstehen und somit die Gotonen als Vorgänger der donau-ländischen und pontischen Goten annehmen linguistisch wird argumentiert dass der Name Gutones die volkssprachige Eigenbezeichnung Gut enthält wie vielleicht in Gutalus vor allem aber nachweisbar in Gutjuda ist gleich Gotenvolk im Sinne von Gotenland erhalten ist die Gotonen waren zeitweise abhängiges und noch um 150 nach Christus kleines Volk das Tazitus zu den germanischen Oststämmern zählte sie besaßen nach ihm und dem älteren Plinius Beziehungen zu zwei Gentilen Verbänden zur lugisch vandalischen Völkergruppe an und östlich der Oder und zu den Markomannern im heutigen Böhmen und Meeren ja noch herunter bis ins niederösterreichische Machfeld Böhm Gemeinsam gemeinsam mit den Lugiern gerieten die Gotonen am Beginn des ersten Jahrhunderts unter markomanische Oberherrschaft blieben jedoch am Rande des Einflussgebiets von König Marbot sodass sich bei ihnen eine Opposition gegen dessen Großreich bilden konnte vom gotonischen Stammesgebiet aus wurde der mächtige Markomanern Fürst mit römischer Hilfe im Jahre 18 oder kurz danach gestürzt Aus der Marbot Zeit stammen zwei Gegenstände die das Markomanern Land mit dem gotonischen Siedlungsgebiet verbinden Von den zwei aus derselben römischen Werkstatt importierten völlig gleichen Brunzekesseln denen die Produzenten je vier bärtige Germanenköpfe attachiert hatten wurde der eine im südmeerischen Muschow der andere im ostbomerschen Tscharnowko Scharnhorst bei Leburg Laubenburg gefunden Die Gotonen hatten ein für Germanen sehr starkes Königtum und dieses besaß die Fähigkeit die Gotonen als polyethnisches Volk zu organisieren Nach der Mitte des zweiten Jahrhunderts wurden die Gotonen so mächtig dass sie sich von Mittelpolen über die Wechsel nach Südosten zum Schwarzen Meer hin ausbreiteten Die Wanderer lösten eine so große Unruhe aus dass die alte Welt von den Markomanen Stürmern heimgesucht wurde und erlebten selbst eine gewaltige Veränderung sie vergesellschafteten sich mit finnischen baltischen iranisch sammatischen und venetischen Völkern aus ihnen wurden Sküten die die antiken Autoren als Goten von den Germanen unterschieden nach einigen Jahrzehnten der Konsolidierung begann 238 an der unteren Donau der große Gotenkrieg der im Wesentlichen bis 269 71 dauerte zu Lande und bald auch zur See griffen die Goten mit ihren verbündeten Völkern an sie blünderten verheeren oft fangen die Römer die Angreifer ab fügen ihnen schwere bis schwerste Verluste zu doch sobald die Einbußen behoben waren sind sie wieder da das Land ist zerstört die Einheimischen die der Feind nicht getötet oder fortgetrieben hat Fallen und Hunger und Pest wie jede große Pandemie in der Antike und auch noch im Mitleute genannt wird zum Opfer aber im römischen Heer das Kaiser Gordian III. im Jahre 42 gegen die Perser führte befanden sich neben germanische auch gotische Völker Man konnte sie offenkundig als Hilfsvölker unter Vertrag nehmen In den Jahren 250-51 erlitten die Römer eine gewaltige Goteninvasion zur Katastrophe von Apritus führte Die kapadokischen Vorfahren Wulfelas wurden 257 von Donaugoten nach Norddanubion verschleppt Das katastrophale Ausmaß der Zerstörungen dokumentiert der kanonische Brief worin Bischof Gregorius Damadurgus von Nea Caesarea in Pontus Polemiakos die sozialen Verwerfungen anprangert die die staatlichen Christenverfolgungen und die gotischen Überfälle der Jahre 256 und wohl auch 257 verursachten Im Jahre 268 gelingt den gotischen Flotten denen sich Erula angeschlossen hatten der Durchbruch vom Schwarzen Meer in die Ägäis Aber nur wenige der Angreifer werden die Heimat wiedersehen Dazu erleidet ein gotisches Landheer 269 die schwere Niederlage von Naissus worauf der Sieger Kaiser Claudius II. den Triumphal Titel Gotikus annimmt und die Goten der lateinisch römischen Welt offiziell bekannt macht Zwei Jahre später 271 besiegt Kaiser Aurelia und die Goten auf ihrem eigenen Territorium nördlich der Donau Ein ganzes Stammesherr geht zugrunde angeblich 5000 Mann Allerdings das ist eine problematische Zahl weil es so vieler toter Feinde bedurfte um in Rom einen Triumph zu feiern wie dies Aurelian tatsächlich tat Der Gotenkönig fällt das im Westen dominierende Königtum erlischt die Goten spalten sich in westliche königlose Terwingen und östliche Kräutungen die das Königtum behalten oder sehr bald mit den Amalern wieder errichten Der Thüri Bericht über das dritte Jahrhundert entspricht der dürftigen Quellenlage die noch dazu auf späten nicht immer verlässlichen Autoren beruht Der einzige und außerdem höchst kompetente Zeitgenosse der Ereignisse wäre der Grieche Publius Herennius Dexibos gewesen der in der Mitte der 270er Jahre eine Skütika eine vorwiegend gotischen Geschichte verfasste wovon jedoch nur Fragmente erhalten blieben Ihre Zahl wurde erst jüngst und wird weiterhin durch das Projekt Skütika Widobonesen sehr vermehrt Damit ist die Bearbeitung eines griechischen Balmpsestes der Wiener Handschriftensammlung gemeint die Jana Kruskova und Günther Martin so erfolgreich durchführen Ihnen und Ihren Mentoren Otto Kresten und Fritz Mithof kann nicht genug gedankt werden Leider komme ich eine Woche zu früh weil nächste Woche besuchen mich die beiden Forscher und wollen mir neue Dinge berichten die sie in der Zwischenzeit gefunden haben Ich kann Ihnen also nur das berichten was sie bisher bekannt gemacht haben Als die Kollegen vor einiger Zeit den Namen Knivas entdeckten war zu erwarten dass dadurch die Geschichte des bloß in den Getiker einwandfrei genannten Gotenkönigs erweitert und gesichert würde Als aber nicht lange danach ein Zeitgenosse Knivas und gotischer Heerführer namens Ostrogota auftauchte hatte der ostrogotische Heros Eponemus Ansische Ammela mythische Vorfahre Deodorichs des Großen einen sehr realen historischen Namensvetter erhalten und zwar einen auf den der Gotenkönig zu Ravenna wahrlich nicht stolz sein konnte erinnerte ihn doch an seinen glücklosen jüngeren Bruder Diudimund Cassiodor kannte Dexibos zitierte ihn jedoch aus guten Gründen nicht im Zusammenhang mit den römisch-gotischen Kämpfen der Mitte des dritten Jahrhunderts in der Schlacht von Abritus beim heutigen bulgarischen Hisalak nahe Rasgrad besiegte der Gotenkönig Kniva die beiden Dezier wobei Vater und Sohn den Tod fanden in den Getiker nimmt ein König Ostrogota an keiner der gottnischen Großstarten südlich der Donau teil sondern Cassiodor macht ihn den Amaler zum Vorgänger des nicht-amalischen Kniva und lässt ihn wie zu errechnen 251 im Jahr von Abritus sterben der Getiker der Getiker Ostrogota hatte über eine gewaltige Streitmacht aus germanisch-sammatischen Völkern und römischen Überläufern verfügt richtete jedoch nichts Großartiges aus sodass man diesen Ostrogota schon als Beinamen Knivas angesehen oder ihm überhaupt jegliche Historicität abgesprochen hat Cassiodor fand jedenfalls in seiner Vorlage Tepsikos offenkundig nichts was für seine Gotengeschichte verwendbar gewesen wäre deshalb lässt der Ostrogota der eigentlich schon tot ist auch das Römerreich verlassen nach langer erfolgloser Belagerung von Marcionopolis sei Ostrogota mit seinen Goten durch Empfang von Lösegeldern bereichert in die Heimat abgezogen heißt es in den Getiker die Heimkehr war höchste Zeit denn die Gebieten hatten es auf das Lösegeld und die Wohnsitze der Goten abgesehen Ostrogota besiegt die Gebieten und der König Fastida und ist scheinbar von der Geschichte gerettet nur dumm dass sich die gotisch-gebietische Auseinandersetzung 40 Jahre später um 290 Erreichheit hat als der Getiker Ostrogota wahrlich längst schon tot war und wahrscheinlich im heutigen Sibirien die Schlacht schlug wo ein Ostrogota als König vom bontischen Ostrogoten nichts zu suchen hatte Aber Aber auch für diese Schwierigkeit weiß Cassiodor Rat Für ihn ist Ostrogota im Widerspruch zu anderen Stellen der Getika und zur Logik einer ethnischen Namensgebung hier noch der König beider Gotenvölker Dagegen berichtete eine gute zeitgenessische Quelle zum Frühjahr 291 von Kämpfen der westlichen Goten der Terwingern und ihrer teifalischen Verbündeten mit Gebieten und Vandalen Es werden aber weder die Namen der beteiligten Heerführer noch die Orte der Auseinandersetzungen genannt anscheinend hatte Cassiodor davon auch andere Nachrichten er wusste nämlich dass der Kampf beim Obitum Galtis stattfind und zwar an einem Fluss der den germanischen Namen Ocher Ache trug diese ganze Geschichte stammt aus der Überlieferung der westlichen Goten wofür auch die Mitwirkung der nördlich der unteren Donau lebenden Teifalen spricht weil aber der gotische Anführer anscheinend ebenfalls Ostrogotha ist lässt Cassiodor seinen amalischen Ostrogotha auch den Sieg über den Gebieten König Fassida feierte Die Skütiger Wilder Bonensier zeichnen dagegen ein ganz anderes Bild und bringen Licht in das Chaos von Widersprüchen und Anachronismus Es gab tatsächlich wie gesagt einen Zeitgenossen Gnivas der Ostrogotha ist nur war er weder ein König noch der Stammfammer der Ostrogoten noch ein Angehöriger der Ostrogoten die es sicher noch nicht gab noch der sechste im heroisch mythischen Stammbaum der Amala sondern ein Mann der Glanzgote oder Sonnenaufgangsgote hieß der moderne Männername Anatole bedeutet ja ungefähr das gleiche und ein durchaus realer Archon von Skythen war das heißt ein nichtköniglicher Heerführer von Goten Kaiser Dezius erwartet seinen Angriff doch brechen hier die neuen Fragmente derzeit noch ab Knapp vorher hatten diese Fragmente mitgeteilt dass Ostrogota auf römischen Booten operierte und zwar gleichzeitig aber unabhängig vom Basileus Kniva und ohne Erfolg dagegen priesen die Goten Knivas ihren Königin Lob ledern wegen glücklicher Siege und besonders wegen der Einnahme von Philippopolis im Sommer 250 Ein derartiger Lobpreis war eine hohe Auszeichnung wie die Getiker an mehreren Stellen betonen Dagegen warfen die Goten das Kritiker Vindogonensia ihrem Anführer Ostrogota Feigheit Malachia und vor allem Distichia Glücklosigkeit vor Kein schlimmerer Vorwurf als dieser war denkbar meine Damen und Herren Glück musste ein König haben und das gleiche galt von den nichtköniglichen Anführern und ihren Sippen die ich zitiere den Königen an Würde und Glück nicht nachstanden wie ausgerechnet Dexigwos wusste Die Ergebnisse der beiden Palimpsestforscher können daher getrost als Sensation gelten zumal sie Anstoß für eine Sicherung der Autorenschaft der Getiker geben dürften setzte die Amalerin die Reihe ihrer königlichen Vorfahren fort da ich zitiere unter einem solchen Herrin unser der Goten Herr die Fremden schreckt Soweit der Lobpreis den Cassiodor der regierenden Königin spendet Nun aber muss er bei Dexippus von Goten gelesen haben die denjenigen Ostrogoter den Cassiodor als amalischen Asen und möglichen Eros Eponemos der über Italien herrschenden Ostrogoten stilisierte Feigheit und Glücklosigkeit vorwarfen Dadurch wurde jede Form von Herrschaft infrage gestellt So wusste Ammianus Marcellinus dass die Burgunder eine Mehrzahl von Königen hatten die den Namen Händenos regte Kindenos Drogen Ein solcher König war für die Fortuna Belli verantwortlich und wurde entfernt wenn das Kriegsglück ausblieb Ammianus verwendete das Verbum Removeri was alles von der Absetzung bis zur Tötung des glücklosen Königs bedeuten konnte Nachdem König Wittigis mit den in Ravenna eingeschlossenen Goten 540 vor Belisar kapituliert hatte gaben die transbadanischen Goten nicht auf und zugleichsam die damalige Liga Nord und trugen dem Wittigis Neffen Uraias das Königtum an dieser konnte sich mehrere Erfolge gegen die kaiserlichen Römer und war im Besitz der zweiten gotischen Königsstadt Bavia samt Teilen des Königsschatzes Uraias aber lehnte ab weil wie die glücklose Rückführung des Onkels bewies seiner Familie das nötige Glück die Tüche fehle den antiken Autoren waren Bedeutung und Wirksamkeit des Glücks jedoch nicht bloß aus der barbarischen sondern auch aus der eigenen Geschichte vertraut in Lucans Phasalia begrüßte Cäsars einher mit den Worten O Domitorm und die Rerum Fortuna Mearum Miles O ihr Soldaten ihr Beherrscher der Welt und das Glück meiner Sache Im 13. Jahrhundert machte der unbekannte isländische Verfasser der Rom Verrier Sorge der Geschichte von den Rommännern aus diesem Vokativ einen an die Gethiker erinnernden Instrumentalis und übersetzte höret nun ihr Ritter die ihr über die weite Erde mit meinem Glück Meth Mini Humming You gesiegt habt Nun meine Damen und Herren eine Schlussfolgerung Verlauf und Ende des Kriegszugs von 250 51 zeigen die Goten bereits auf einem ersten Höhepunkt ihrer Macht und Ausstrahlungskraft Kniver erweist sich als Feldherr der über mehr als bloß primitive Kenntnisse in Taktik und Strategie verfügt Trotz seines starken Königtums und seines spektakulären Erfolge ist Kniver jedoch kein monarchischer König aller Goten gewesen Tatsächlich gab es unter Einschluss Deodorichs des Großen keinen einzigen König von Goten der König aller Goten gewesen wäre Dexipos zeigte sich bestens darin aber auch über die barbarischen Institutionen insgesamt informiert Er nennt Ostrogota einen Archon einen nichtköniglichen Heerführer und Kniver einen Basileus einen Großkönig Lateinisch gesprochen war Ostrogota ein Dux Kniver ein Rex Auf Gotisch könnten Ostrogota ein Trochtis Kniver noch ein Siudans wenn nicht schon ein Rex gewesen sein Das Wiener Balimses bestätigt einen historischen Ostrogota für die Mitte des dritten nachchristlichen Jahrhunderts Es ist nicht unmöglich dass um 290 ein zweiter historischer Ostrogota dervingischer Krieger anführte gegen Gebieten und Vandalen Wahrscheinlich um seines ihres Namens Willen hat Cassiodor den oder den nichtamalischen Ostrogote der westlichen Tradition entnommen und daraus einen mythischen Amala Vorfahren der Könige von Ravenna und Vater der in Italien herrschenden Ostrogoten gemacht Das Ethnonym schloss aber keineswegs die Vergabe des Namens als Personennamen aus Die Schwester eines unglücklichen gebietischen Kronpräsidenten des 6. Jahrhunderts hieß Ostrogoto in langobadisch lateinischer Lautung Austrigusa Der Name wurde demnach unabhängig von einer ostrogotischen Volkszugehörigkeit an Goten vergeben und die Gebieten gehörten dazu wie die Tatsache beweist dass Ostrigusas Bruder der Westgote hieß wie Wolfgang Haubrichs Saarbrücken vor kurzem feststellte Dank der Skütiger Windermonensia sind viele beschriebene Seiten davon auch manche eigene Makulatur geworden Handschriften Archäologie lohnt sich eben ihre erfolgreichen Adepten gebührt unsere respektvolle Anerkennung Vivant Seguazes und Ihnen meine Damen und Herren Erholung von diesen verwirrenden Anfängen Applaus Applaus Vielen Dank.